Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutschler und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute zeigen, wie wir an einen Rare rankommen und zwar ist es die Nestmutter Arcada. Und diese befindet sich einmal hier im Sturmsangental. Und zwar sind wir hier oben im Sturmsangental und zwar hier oben auf dem Berg befindet sich die. Und wie wir da hinkommen, will ich euch mal zeigen, ich bin gerade hier auf dem Weg nach oben zu dieser Hordenfestung. Und wir laufen jetzt hier einfach mal nach oben. Ich habe die übrigens schon für das Achievement gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich die nochmal beschwören kann jetzt quasi für das Video. Aber ich bin ganz guter Dinge. Wir brauchen die nämlich unter anderem für das Rare Achievement, das es natürlich auch hier in dem Gebiet gibt. Wir laufen einmal hier bei dem Nest quasi den Berg hoch, das geht, wie ihr gesehen habt. Also man kann da hochlaufen, es sieht sehr, sehr, warte mal, verfolgt mich der Vogel, verfolgt mich. Es sieht sehr, sehr steil aus, aber man kommt da auf jeden Fall hoch. Dann müssen wir hier hoch, dann hier ganz an die Seite, hier hoch und dann können wir quasi immer Richtung, ja, uns hier nach unten richten quasi. Denn wir müssen hier in dieses Nest reinspringen. Und auf das Nest können wir nämlich draufdrücken. Und, ja, dann müsste sie auch kommen. Dann schlüpfen nämlich diese ganzen kleinen Viecher, die schießen wir jetzt einfach mal ab. Da haben wir noch eins. Und damit müssten wir sie anlocken. Und hier seht ihr schon die Nestmutter. Und, ja, wir können sie dann angreifen, umhauen und haben dann wieder ein Rare mehr. Sonderlich schwierig ist nicht, man muss halt bloß wissen, wie man etwa hochkommt. Ich denke mal, hinten über den Weg kann man auch, hier hinten gibt es einen Weg hoch für so eine Schriftrolle. Vielleicht kann man da auch ein bisschen hoch, aber das war eigentlich der schnellere Weg. Ja, das war es soweit vom Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Und, ja, dann hoffe ich mal, dass ihr eure Rare Achievements voll kriegt. Ein Tipp vielleicht hier am Rande. Einen Mob gibt es, der ein bisschen tricky ist. Und zwar Peitschenstängel ist das. Den kriegt man nur mit einem Rare Mob. Und das ist auch der letzte, der mir hier fehlt. Warte, wo haben wir es? Genau, hier, Peitschenstängel. Den dürftet ihr vielleicht auch nicht haben. Da müsst ihr einfach warten, bis wirklich die World Quest kommt. Dann könnt ihr ihn umbatschen. Und, ja, dann habt ihr erst das Achievement fertig. Gut, das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Euer Chila. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.